Hm, laut der Karte müsste der Eingang zu Blauschnabels geheimen Tunneln genau hier sein. Aber das ist nur ein Basketbird-Platz. Ich find's jetzt zu komisch, wenn das jetzt so eine Sache wäre, die die ganze Zeit direkt vor unseren Schnäbeln war. Wer sich mutig will nach unten wagen, muss vorher beim Yoho-Tektoe mich schlagen. Was ist Yoho-Tektoe? Hm. Augenblick. Wow, ich hab's, Leute. Der Eingang ist unter dem Platz. Guckt mal. Gekreuzte Knochen für Kreuze und Totenköpfe für Kreise. Das ist... Piraten-Tektoe. Und ihr wisst, was ein Kreuz bedeutet. Etwa ein Holzpo? Es markiert die Stelle. Da. Ja. Juhu. Vorsicht da unten. Oh. 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 Oh.